Der Schitan bemüht sich darum, den Muslim in eine von zwei Fallen fallen zu lassen. Entweder bringt er ihn dazu, die Tat nicht für Allah zu machen. Das heißt, er bringt ihn dazu, Augendienerei zu machen oder die Tat zu machen, damit andere Menschen ihn hören. Und das wäre dann eine Augendienerei. Und es wäre nicht aufrichtig gegenüber Allah in der Anbittung. Oder die zweite Sache, der Schitan bringt ihn dazu, diese Tat komplett zu unterlassen, damit ihm die gewaltige Belohnung dafür nicht zustande kommt. Und viel gefährlicher ist, der Schitan kann ihn dazu bringen, diese Tat zu unterlassen, wie zum Beispiel öffentlich zu spenden, aus Angst davor, nicht in die Augendienerei zu fallen. Das heißt, er flüstert ihm ein, dass wenn er jetzt spendet, dass er damit Augendienerei machen würde. Und das ist ein großes Tor von den Toren des Schaitans, wovor der Muslim sich in Acht nehmen muss. Denn der wahrhaftige Muslim ist in seiner Aufrichtigkeit, in seiner Absicht so aufrichtig, dass er sich nicht damit beschäftigt, womit der Schaitan versucht, ihm einzuflüstern. Und er unterlässt nicht die Tat aus Angst davor, in die Augendienerei zu fallen. Warum? Weil das aufrichtige Herz, das Herz, was Ruhe gefunden hat mit Allahs Gedenken, das ist bei ihm egal, ob er diese Tat im Offenen macht oder im Verborgenen. Und es gibt keinen Zweifel, dass die Augendienerei ein Schirk ist und man darf dies nicht tun, weil es gebührt dem Mu'min oder der Mu'mine, der Gläubigen, nicht, dass er eine Pflicht gegenüber Allah unterlässt oder eine Gehorsamkeit, wie zum Beispiel, dass er zu ihm aufruft oder das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, aus Angst davor, in die Augendienerei zu fallen. Weil das ist von den Plänen des Schaitans, womit er zu den Menschen in die Herzen kommt und davon abhält, dass sie zu Allah rufen und dass sie das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. So gebührt es dem Muslim, dass er die Pläne des Schaitans und seine Einflüsterungen nicht zu sich reinlässt und dass er nicht dahinschaut und dass er weiß, dass es Pflicht für ihn ist, dass er seine Gebrüder immer Ratschläge gibt, wenn er sieht, dass sie nachlässig werden in den Pflichten oder ganz einfach in Haramsachen fallen. Und er soll wissen, dass Allah seine Genüge ist und Allah weiß, was in seinem Herzen ist vom Ikhlas und Aufrichtigkeit. Und dass er nur die Nasieha und den Ratschlag für seine Diener will. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, die Taten sind entsprechend der Absichten. Und jedem Menschen gebührt das, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung zu Allah und seinem Gesandten war, so ist seine Auswanderung zu Allah und seinem Gesandten. Und wer seine Auswanderung zu einer Dunja war, die er, eine Sache von der Dunja war, die er erreichen wollte oder einer Frau, die er heiraten wollte, so ist seine Auswanderung zu dem, was er damit beabsichtigt hat. Und dann, was er sagt,